davon auch ein screen schlacht von die insel das ist aber nicht gerade kreativ ein tod bringe hat er zum glück nur obwohl da sind viele streitwagen kommen lieber auf die seite sachen prinzen sich leider nicht von vorne von anfang in den wald verstecken geht leider nicht understood speermann mistress of whispers den phoenix habe ich ja auch noch gut und gull gleichen feuerball die klausel gut sein gegen feindliche artillerie habe ich so gehört bzw hat mir jemand mal gezeigt die ritter ein bisschen schießt sie jetzt nicht weil die bogenschützen davor stehen schießt schießt oh bitte das hat gesessen den schaden nur leider ein bisschen höher vorgestellt die ist ja immer noch nicht kaputt das der phoenix auf und At once! The winds are rising! The winds are turning! Ufwan Mage! The winds are ours! Ekua! Bend to my will! Menlui! Uriah Menlui! Lakoi Soraya! Los! Hehehe-hehehehe! Chaos Ritter! More Spit ontechnic hashtags! Legt euch ruhig mit Thyria an! Der Todbringer schießt dann mal noch. Auf den Riesen. Der Phönix hat sich verabschiedet. Die Bogenschützen haben Angst, keine Pfeile mehr, auch in der Nahkampf. Die Bogenschützen haben Angst, keine Pfeile mehr, auch in der Nahkampf. Ja. Ich sehe es. Den einen hat sie down gekriegt. Ich sehe es. Ich sehe es. It shall be done! Onward! Ulfwan Mage! Going! Moving out! Menlui! Uriah Menlui! Wins of magic rise! The greater good! Lakoi! Soraya! Feel my fury! No blood! Sunfyne lost for battle! Das könnte jetzt wirklich eng werden! Immediately! Going abroad! Atom, draw! Scython, hear me! Following Ethua! Ethua, bend to my will! Orders? Menlui! Viah! Menlui! Owriah Menlui! Wins of magic rise! Ei, 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 ei! Der Kommandant ist das Problem... Der müsste draufgehen... das habe ich aber nicht befohlen wie chaos ritter da noch sind meine fresse wenigstens hat er keine schützen ich bin so lange durchhalten wie es geht ich glaube ich glaube der macht das schon vorwärts 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 servent of light awaiting orders ich gehe dann Efuhr bend zu meinem will irgendwann ist meine magie nur leider auch mal leer die 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 Oh man Er zieht ihn zurück Das ist doch noch eine ganze Menge Und jetzt auch dann kommen wir dann Ach, hinkommt mir War irgendwie klar Ja, jetzt ist der Magier ganz weg Ich glaub's nicht Oh, der Leer ist weg Oh, der Leer ist weg Naah Go, 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 go Oh, der Leer ist weg Chaos Trolle Dass die noch nicht geflohen sind, die Trolle Na bitte Geh den Kommandanten, wenn's geht Seife für die Hände Und ich heiße dich herzlich willkommen to Aventura Genau 500 Kills mit Tyrion Genau 500 Ja, das wird ziemlich heftig Bring me battle Aber Tyrion macht das schon Ein Anruf Michael ruft mich an Kann ich hier im Spiel rangehen? Gespräch starten Lol Hallo Ich höre dich nicht Also falls du irgendwie was sagst Ich höre dich nicht Aber ich kann ja nur Ich kann ja dranbleiben Genau Ich bleib einfach mal dran Dann kannst du nochmal versuchen Irgendwas einzustellen Ich sag dir Bescheid Sobald ich was höre So Diesmal werde ich mit Tyrion Nicht vorausreiten Weil sie hat Mir dafür zu viele Schatten Und let's go Wie du sagst Oh fuck Das war jetzt irgendwie klar Sobald ich das ist nicht cool es wird ja auch ein paar feuerwelle wirst du mich ich würde ich nicht würde ich nicht sofort zu dir die ganze zeit was sagst ich würde ich würde ich nicht ja ist ja gut noch mehr noch mehr armbrust jetzt höre ich mich selber jetzt höre ich mich selber aber ich würde ich nicht wo ich würde ich nicht kannst du das wieder ausstellen dass ich mich selber ich glaube ich habe nicht so gut für die zuschauer ja danke ich bin ja wo sie dir meine linie zerbricht für Assyrian Eagle Claw Assyrian guides us Asur, advance for Ofwan Heir of Anerian Asur, withdraw Destruction is come Bride of Kay Asur, withdraw I need the power It is done Kain's chosen Understood Move Spearman Assyrian guides us A dead hero She runs out Auch noch rum Archers Pull back For Ofwan For duty Pull back Ach, jetzt Hebt sie ab, lol Power of pain Asur warrior Asur warrior Happy to serve Pull back Death hang Feel my fury Sunfang lost For battle Ja, komm zur Tyrion, komm Geh erstmal in den Wald Hebt to Plank Lamulus An Hnh, Tyrion's so weit weg Ja, und die andere Tour des Hexes nimmt sie doch mit. Okay, du hast aufgelegt. Jetzt ruft er wieder an. Ja, hallo. Äh, falls ich dich hören soll, würde ich immer noch nicht. Ja. Einmal hab ich dich mal gehört im Discord. Oh, danach nie wieder. Okay, die meisten Armbruchsschützen können nicht auf Tyrion feiern, weil er mitten von Ruki umgeben ist. Dann können wir jetzt vorspulen. Oh, sie kommt wieder. Okay. 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 Oh, bitte. Sieht doch gut aus. Oh ja, fahren wir schneller mit deinem Autoscooter. Oh. Oh man. Oh. Oh man. schluss if you're shooting! Na, komm, hätte sie. Jetzt höre ich irgendwas knacken! Ich höre irgendwas knacken bei dir Michael. Und ich weiß nicht was das ist. gesessen na bitte gewonnen du weißt auch nicht was das knacken ist ja ich bin ja du überlebt Nice. Pure Zeke. We'll be right back.